Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat nicht alltäglich, dass wir ein Gesetz debattieren und beschließen, von dem wir uns wünschten, wir bräuchten es. Gar nicht. Ein Gesetz, von dem wir uns wünschten, wir müssten es niemals anwenden. Aber es ist in dieser Situation notwendig, in dieser außergewöhnlichen Situation, ebenso wie es notwendig ist, meine Damen und Herren, in außergewöhnlichen Situationen einerseits entschieden klar und auch zügig zu handeln, aber eben gleichermaßen auch besonnen und verhältnismäßig. Und das Gesetz in der hier vorliegenden Fassung, was wir heute abschließend beraten, schafft meiner festen Überzeugung nach die Verbindung eben dieser beiden Aspekte. Und meine Damen und Herren, es mag dem einen oder anderen wie ein gewisser Widerspruch vorkommen, dass wir einerseits sehen, zum Glück, dass sich Zahlen verbessern, dass sich die Kurve ein Stück weit abflacht, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken und dass wir jetzt trotzdem – mag der eine oder andere denken – dieses Gesetz verabschieden und – der Kollege Neumann hat es angesprochen – gleich auch die epidemische Lage von landesweiter Tragweite feststellen. Und darum will ich noch einmal ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren, es gibt kein Vertun. Die Zahlen verbessern sich, ja, zum Glück, aber die Lage ist weiterhin außerordentlich ernst und angespannt. Und darum müssen wir vorbereitet sein. Vorbereitet sein mit diesem Gesetz. Und gleichzeitig ist die Diskussion über Schritte in Richtung Normalität so wichtig. Normalität nicht im Sinne von, wie wir das im Februar und davor kannten, sondern sicherlich wird das eine neue Art der Normalität sein. Aber diese Diskussionen sind enorm wichtig. Sie sind wichtig, glaube ich, für unsere Gesellschaft. Denn diese einschränkenden Maßnahmen schaffen Probleme. Sie schaffen auch Leid – persönlich, sozial und auch wirtschaftlich. Und diese Diskussion ist auch wichtig für die Akzeptanz der Maßnahmen bei den Menschen, damit eine Perspektive aufgebaut werden kann. Meine Damen und Herren, CDU, SPD, Grüne und FDP hatten beim ursprünglichen Gesetzentwurf Diskussionsbedarf. Das will ich jetzt nicht noch einmal alles wiederholen. Einige wenige Stichpunkte. Für uns Freie Demokraten war zum Beispiel wichtig, dass die Sonderrechte, die durch dieses Gesetz eingeräumt werden, automatisch auslaufen. Dass also eine Mehrheit da sein muss zur Verlängerung von solchen Maßnahmen und nicht eine Mehrheit organisiert werden muss für das Abschalten dieser Sonderrechte. Uns war wichtig, dass Maßnahmen mit enteignender Wirkung unter Parlamentsvorbehalt gestellt werden und dass Privatpersonen ausgenommen werden, weil wir auch viele Rückmeldungen von Menschen bekommen haben, zum Beispiel mit chronischen Krankheiten, die große Sorge hatten. Und uns war wichtig, dass es einen Freiwilligenregister gibt statt einer Dienstpflicht. Wir haben damit ein milderes Mittel gefunden. Das, und davon bin ich überzeugt, effektiv sein wird. Das wird ein großer Erfolg, weil ich davon überzeugt bin, dass wir uns auf das Engagement des medizinischen Personals in diesem Land zu 100 Prozent verlassen können. Die beweisen das auch seit vielen, vielen Wochen, meine Damen und Herren. Und ich darf auch sagen, dass ich stolz bin auf unsere Kollegin Susi Schneider, die ja Krankenschwester ist im zivilen Leben, wenn ich das so sagen darf, die lange bevor überhaupt es Diskussionen über Freiwilligenregister gab, wie viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen auch, sich freiwillig beim Krankenhaus vor Ort gemeldet hat, um da im Zweifelsfall auch bereit zu stehen. Die Daten sind hinterlegt. Liebe Susi, da kann das Krankenhaus und da können potenzielle Patientinnen und Patienten froh sein. Vielen Dank, stellvertretend für alle anderen Berufskolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, die Gespräche zu den Veränderungen, die waren politisch nicht immer einfach. Ich möchte darum nochmal ganz herzlich danken den Fraktionen von CDU, SPD und Grünen für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich will aber auch nochmal darauf hinweisen, dass die Veränderungen handwerklich nicht immer einfach sind. Nicht ohne Grund nehmen wir uns sonst durchaus mehr Zeit für die Beratung von Gesetzen. Und da gehört ein großer Dank den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Fraktionen und auch der Landtagsverwaltung. Ohne die wäre das so nicht möglich gewesen. Meine Damen und Herren, abschließend will ich nochmal kurz etwas sagen zur Notwendigkeit einer dritten Lesung und zur Kurzfristigkeit des Änderungsantrags. Ich will auf einige Aspekte hinweisen. Erstens formal, das war alles innerhalb unserer Geschäftsordnung. Politisch darf ich darauf hinweisen, dass die Veränderungen nicht überraschend kamen. Und zeitlich darf ich darauf hinweisen, dass ab 9 Uhr in den mitberatenden Ausschüssen in der vergangenen Woche über die entsprechenden, die Ausschüsse betreffenden Änderungen informiert wurde. Und ich darf Herr Wagner auch in Ihre Richtung sagen, erinnern Sie sich mal an den 1. April, wo Sie selbst am Tag der Beratung einen umfangreichen Änderungsantrag zu Ihrem eigenen Corona-Antrag eingereicht haben. Also auch Sie scheinen sich mit kurzfristigen Änderungsanträgen und der Frage. Na Herr Keit, die Drucksache trägt das Datum 1. April. Schauen Sie es gerne nochmal nach. Worum geht es also hier in Wahrheit? Es geht schlicht und ergreifend um gekränkte Eitelkeit. Sie wären gerne dabei gewesen. Sie wären gerne dabei gewesen. Wegen gekränkter Eitelkeit gab es jetzt also spätere Rechtssicherheit. Wegen gekränkter Eitelkeit kommen wir heute zu einer Sondersitzung zusammen. Und ich kann sagen, persönlich und für die Kolleginnen und Kollegen sehe ich das mit großer Gelassenheit. Das ist unsere Aufgabe. Aber ohne Zweifel stellt die Sondersitzung ein erhöhtes Risiko dar. Und diesem Risiko für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Verwaltung setzen Sie, die AfD, nun aus. Und insofern kann ich nur noch mal sagen, Sie können eine dritte Lesung beantragen. Ob das der Gebrauch der Geschäftsordnung ist oder ein Missbrauch, mag jeder für sich selber bewerten. Aber weder werden Sie uns mit solchen Aktionen dazu erpressen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und damit Ihre Politik und Ihre Position zu verharmlosen, noch werden Sie dieses Gesetz verhindern. Unsere staatlichen Institutionen sind handlungsfähig und das beweisen wir mit diesem Gesetz. Vielen Dank.